also realtag die sind schon da ich kenne die zwei moin moin alles fit bei euch was geht ab es geht ab wie kommt dass ihr so früh da seid wo wohnt in der siegburg war das mehr wie halbe stunde braucht man ja echt nicht hierhin ich sag dir ehrlich auf fotos sieht die schlechter aus so ein echt sieht die geile aus mit den akzenten hier ist das ist der vergleich all black und grau und was das neon gelb kann auf jeden fall machen ja so auch plastik oder ja also auch 217 ich auch kann man auf jeden fall machen ja ach stimmt du hast auch nach jama ha 2005 hat 13 was geht ab mein bester alles wird bei dir ist sie so legal noch mal aussie aber wie viel kubik aber 100 kubik ist auch voll teuer oder das hast du alles selber lackiert die felgen mit was hast du noch abgeschliffen mit backsteine ich habe bei minus zwei grad lackiert deswegen aber kann man auf jeden fall machen mit dem orange und schwarz neon gelb und schwarz machst du da noch einen anderen auspuff drauf ich habe ja eigentlich den rückblick aber damit kannst du nicht fahren das scheiße ich höre ganz viel zweitaktor ich höre auch ein paar das ist es ist alter maschallah jungs die braz ja junge jetzt geht's richter der mit dem kiss bietet im motorrad was geht ab alles fit das geht hallo moin moin alles klar auf einmal wieder ganze rasselbahn ist hier das geht als maul digga auf einmal geht es hier richtig was geht ab alles fit bei dir was geht moin meister was geht ab alles klar bei euch schöne dinge auf jeden fall hooo digga real talk in zwei minuten kamen gerade 80 mann der dies so schön krank krass 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 weil die glänzt noch so dies auch geil aber die hat halt schon rost und das orange sieht nicht mehr so geil aus das wird nach lackiert ja sie sind so alt ist das dein zünd nee das hält es einfach nur zusammen krank digga von wem ist sie ist sie legal fantic 125 krank 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 hast du eine subframe dran bruder macht das ab da sieht so kacke aus das ist super so das schutzbächt muss ein bisschen schneiden hat es wieder gefasst hast du jetzt mal führerschein nein du bist letztes mal wie so ein behinderter gefahren sieht auch optisch richtig gut aus fantic kenne ich eigentlich überhaupt gar nicht bin ich noch nie gefahren also vier drei wir sind ja gute menschen halte ich fest halte ich fest war das geplant ja normal nein alles gut einer stand da hinten auf dem bürgerstein hast du keine ersatz zünd kerze dabei oder was ist es das ist der vergaser hast du chock ja das ist scheiße digga weil wir können jetzt nicht auf euch warten deswegen ich fahre irgendwie nach hause ok gut ah die läuft wieder jungs komm entweder die läuft jetzt oder ich fahre nach hause also ja ok dann guckst du und wenn du es wenn ich dann nochmal liegen werde fahrt weiter ja ok ja machen wir jalla 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 gerne gern eingebe wo 好 vielleicht 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 What is Moin Moin Einen Sack Ja dann warten wir kurz. Guck mal, wir machen so Stau hier. Wo bleibt der? Da, das war noch eine Runde. Noch eine Runde. Komm! Guck, die winken alle zurück. Guck, die machen gar nichts. Das ist echt das coole daran. Die werden nichts machen. Egal nichts, warum hast du eigentlich komplette Kleidung an? Weil ich gestern noch bei dem war und ich nachts gewarnt bin. Und ich, weißt du, ich will nicht frieren, aber heute geht's sogar vom Wetter. Könnte ich auch in Jogginghose, aber sonst. Die Bullen machen gar nichts, die haben gar keinen Bock. Wenn die, die illegal fahren, in der Mitte fahren, dann easy. Naja, ich hab mich auch immer. Ja, sehr gut. Ja, okay, hau rein. Danke dir, dass du da warst. Digga, es ist rot. Was ein Spaßziel. Und außerdem fahren wir rechts. Ja, dann lass sie kurz warten hier rechts. Die Hände sind aufgelöscht. Die Hände sind aufgelöscht. Ich habe mich nicht mehr aufgelöscht. Ich habe die Hände geöffnet. Die Hände sind aufgelöscht. Die Hände sind aufgelöscht. jetzt noch da weiter ey das ist der Bitter beste Bruder ja 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 ey warte mal lass mal Sozius fahren du fährst meine und ich fahr deine Jalla steig ab wohin? komm alter scheiße hey man sitzt hier voll gemütlich drauf ho Die geht gleich kaputt! Der ist so am Abkacken, der Roller! Foto! Steig ab! Bruder, wie geht die Scheiße? Warum ist deine Fußbremse so hoch? Die? Weil die ist verbogen! Seitdem mein Kabelbaum kaputt war! Ich glaube das ist eine richtig gute Idee hier! Aber der macht eigentlich Spaß, ne? Bei Gott ja! 100 Kubik ist schon stramm, sag ich dir ehrlich! Aber wie gesagt, ich hab ja noch nichts getunt, da kommt noch! Komm stellt mal eure Fahrzeuge so auf! Steht vor irgendjemand macht so einfach jetzt so! Ey ich hab mal einen abgezogen! Ey Jungs! Zieh mal eure Schlüssel! Nicht das nachher einer noch so macht hier! Soll ich dir mal helfen? Ja! Komm da lang! Digga, das ist krampf! Digga, wiegt auch ungefähr 100 Kilo! Jetzt mach mal andere Seite, den Lenker! Digga, einfach noch! Hauptständer? Ja! Aber dann musst du ein Stück vor! Genau! So jetzt! Was machen wir hier? Bitte! Baba! Digga, geh auf die ganz andere Seite! Zeig mal den Foto! Das ist krass Digga, das ist krass! Alter, das wird genauso hochgeladen Jungs! Zu geil, was hier gerade abgeht Digga! Guck mal hier, schön im Beul! Mit den ganzen Bürras am Start! Junge, die zuck gleich in Nokia und dann wird ein Bullen gerufen! Jalla, da sind die Bullen schon! Achso, Jungs! Wir fahren jetzt wieder zurück nach Bornheim zum Meckes! Also, falls irgendjemand von hier aus besser nach Hause kommt, dann kann er jetzt auch schon fahren! Jo, ciao, ciao! Danke, dass ihr da warst! Ciao, ciao! Haust du rein? Ey, danke, dass du da warst! Den weißt du? Ja, ja! Wir sehen uns! Ciao, ciao! Ciao, ciao, danke, dass du da warst! Ja! Ihr fahrt jetzt auch, ne? Hau rein! Wir sehen uns, danke, ne? Bis zum nächsten Mal! Dann kommt mal zum Anlassen, Rideout! Ja! Safe, korrekt! Ihr seid auch weg, du bist auch weg, ne? Ja, ich bin auch weg! Ciao, ciao, danke, dass du da warst! Wir sehen uns! Ciao! 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 Ciao!